Fahrplan ist auch nur zur Deko da oder was? Zu spät sind sie immer wieder. Es kann doch nicht wahr sein. Immer kommen sie zu spät. Hallo. Hallo. Pünktlichkeit ist auch nicht so ihr. Hallo. Morgen. Sie haben auf die Uhr geschaut. Sie sind viel zu spät gekommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist ja unglaublich, der hat seinen Führerschein gewonnen. Das ist ja auch ziemlich, der wir in die Uhr im Auftrag des ZDF bis zum sonnetzen können. Pünktlichkeit ist auch nicht so Ihrs, oder? Richten Sie sich eigentlich auch nach den Fahrzeiten, die am Plan stehen, oder nicht mehr? Pünktlichkeit ist auch nicht so Ihrs, oder? 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die kommen auch jedes Mal zu spät. Guten Tag, guten Tag, hallo. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im out